Sehr geehrter Herr Präsident Friedersdorf, sehr geehrte Damen und Herren, ich gratuliere Ihnen herzlich zum 75. Jubiläum der Volkssolidarität. Im Oktober 1945 stand ein in vielerlei Hinsicht harter Winter bevor. Wie sollten die Ausgebombten, die Flüchtlinge, Heimkehrer, Kinder und alten Menschen die kalte Jahreszeit überstehen? Als Antwort wurde die Volkssolidarität gegen Wintersnot ins Leben gerufen. Die Nachkriegszeit liegt lange hinter uns, aber auch heute ist jeder Mensch auf gelebte Solidarität angewiesen. Kein noch so starker Sozialstaat kann das bürgerschaftliche Engagement ersetzen, das für ein gutes Miteinander verschiedener Generationen, Nationalitäten und Lebensrealitäten sorgt. Und deshalb brauchen wir hilfreiche Organisationen und Verbände, wie eben die Volkssolidarität, die stets mit der Zeit gehen, auf Menschen zugehen und gegen soziale Not vorgehen. Ob Beratung oder Hilfe für Kranke und Pflegebedürftige, für Kinder und Jugendliche, für Ältere oder Flüchtlinge, das Wirkungsspektrum der Volkssolidarität ist breit und es ist beeindruckend. Davon konnte ich mich bei der Eröffnung des Boddenhus in Greifswald vor mehreren Jahren auch persönlich überzeugen. Inzwischen blicken wir auf 30 Jahre deutsche Einheit zurück. Die Geschichte der Volkssolidarität ist eine ostdeutsche Geschichte. Sie war Teil des sozialpolitischen Systems der DDR. Die Wiedervereinigung unseres Landes bedeutete auch für die Volkssolidarität einen großen Umbruch. Sie wurde parteipolitisch unabhängig und entwickelte sich zu einem modernen Sozial- und Wohlfahrtsverband mit einem festen Platz in unserer vielfältigen Verbändelandschaft. Das sagt sich so leicht, doch dahinter steht ein unermüdliches, zigtausendfaches Engagement von Menschen für Menschen. Ihnen allen, die Sie das Leitbild der Volkssolidarität mit Leben erfüllen, übermittle ich daher nicht nur herzliche Grüße zum Jubiläum, ich danke Ihnen auch für Ihren Einsatz, der für den Zusammenhalt und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft so wertvoll ist. Bitte bleiben Sie so engagiert!